Hallo, heute testen wir den Nevi-Stromgenerator. Unser Set für Agras T30, allenfalls T40. Es geht immer darum, Max-Stromgenerator den Ladestrom zu halten, zusammen mit einer Mixbox und allem, was wir brauchen. Dazu starten wir, nacheinander den Generator und fahren dann noch mal unsere Ladeleistung voll hoch. Let's go! Copyright Untertitel, Rundfunk 2021 조össling Blöds 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020